Herzlich Willkommen am Piztaler Gletscher. Wir befinden uns hier auf 2840 Meter Seehöhe. Es hat in den letzten zwei Tagen auf allen Gletschern in Tirol ca. 40-50 cm Neuschnee gegeben. Aktuell sind bei uns am Piztaler Gletscher alle Anlagen in Betrieb. Es sind auch durch die vergangenen Schneefälle alle Pisten geöffnet. Wir haben momentan perfekte Schneebedingungen. Also es steht einem Skivergnügen nichts mehr im Wege. Die Skisaison ist eröffnet. Ja, wir hätten natürlich lieber Sonnenschein heute, aber vielleicht wird es ja noch was. Und wir sind bis morgen noch da. Aber wir nehmen es halt so, wie es kommt. Die Pisten sind aber ganz gut. Ein paar Hoppeln sind mit dabei, aber das macht es ja auch ein bisschen mehr Spaß damit. Ja, gute Pisten, gut präpariert und recht griffig eigentlich. Kann man nichts sagen. Mit dem guten Schnee dazu ist es eigentlich jetzt sehr gut zum Skifahren. Wir kommen jedes Jahr. Immer für unser Ski-Opening. Und heuer freut es uns natürlich ganz arg, dass es so schöner Schnee hat und frisch geschneit hat. Geht gut oben. Und auch mit dem Kleinen hier, dass er hier an dem Kleinen Lift mal ein bisschen üben kann. Und so wieder für die neue Saison startklar wird. Also wir freuen uns ganz sehr, dass es frisch geschneit hat, dass wir die Skisaison eröffnen können und der Kleiner das erste Mal auf Skiern steht und das Skifahren vielleicht lernt.